Hallo und herzlich willkommen mit Musikuntermalung hier auf, wie heißt die Map? Sequest. Sequest TT. Sequest TT. Minecraft angehaucht mit Musik, die aber gleich aufhört. Die kommen jetzt schon zum runden Beginn. Ich hoffe, Musik ist jetzt nicht zu laut. So, jetzt ist er vorbei und da hat einer TNT aktiviert. Gut, das kann man aber auch anschießen. Traitor können das aktivieren aus der Ferne, aber das kann man auch anschießen. Ja, Sub hat es gerade... Hast du es eingeschossen? Nö, ich habe gar nichts gemacht. Ähm, Sub? Mhm. Du hast es doch gerade aktiviert, wo ich hier drunter stehe. Ähm. Sofort runter. Ähm. Ich habe es angeguckt, aber ich habe gerade geguckt, ob ich auf die Pistole scrollen kann. Ich wollte es anschießen, aber habe es nicht getan. Da war ich nur schneller. Und dann... Ich wurde vergiftet! Da oben war noch einer. Da! Flo! Der hat mich vergiftet. Ab. Ich habe den weggejutscht. Ja, ich habe ihn mit drauf. Du hast dich mit drauf geschossen. Doch. Ich glaube, Sub ist der zweite. Hier, der ist durch Uzi gekillt worden. Der ist durch meine Waffe gekillt worden. Guck drauf. Ja, MidiPack. Äh, Detective. Ich bin proven. Jung ist auch proven. Ich bin proven. Ich habe den Traitor gekillt. Ich bin vergiftet. Es ist Bernie oder Daniel. Ja, komm schon. Komm schon. Oder Daniel. Ich bin in der Map. Bitte der Map. Ich sterbe. 14, 11. Cooper, 8. Ich weiß nicht, wo du bist, Mann. Fünf. Mitte der Map. 3, 2. Bernie oder Daniel ist das? Ja, sorry. Leben die beiden noch? Ja, Bernie lebt noch. Ja, Bernie lebt noch. Ich beobachte ihn, weil er ein Snapper hat. Also. Ist Daniel freigegeben? Einer von euch beiden ist es. Ich habe einen Traitor gemacht. Ich bin proven. Mhm. Daniel oder Bernie hat er die ganze Zeit gesagt. Wenn ich rede, ich fachchinesisch. Mhm. Na dann. Warte mal. Wo liegt denn der Jung? In der Mitte, genau. Von der Map. Auf dem Marktplatz quasi. Wenn du... Das ist Bernie jetzt gefallen. Sturm. Ja, das ist top. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie runtergefallen oder so. Ja. Hast du... Hast du noch Points? Ja. Defebri. Schalt die Augen offen. So. Na dann muss ja Daniel sein. Also der schießt da. Von... Turmrichtung irgendwo da oben. Ach, da muss er sein. Oh, er hat nicht mit dem Schneeball getroffen. Komm her du Wichs. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Komm her. Nee. Gib mir den Wichser. Bam. Mit der... Mit der Pistole konnte ich ihn immerhin noch auf Rot unterschießen. Geht das denn? Dankbarkeit dafür, dass du es wieder bliebte? Okay. Versteh. Ja. Ist es. Du killst einen auch immer nach der Pistole. Ich habe Bernie einmal angeschossen, weil er genau auf der Kante saß. Dann ist er schön gefroren. Oh, Alter. Doch, du killst einen oft immer nachdem die Runde vorbei ist. Äh, Cooper. Das stimmt. Ja, weil du das gemacht hast. Das ist immer Rache. Ja, weil ich das gemacht habe. Ja, wirklich. Du hast immer Leute nach der Runde gekillt. Nee, das war ein Rache. Nein, das warst du. Oh. Ja. Ich glaube, ich habe auch noch mal ein bisschen wenig Waffen gemacht. Ich bezweifle nicht, dass ich das nicht gemacht habe. Aber man findet eigentlich gut genug dann, wenn man rechtzeitig sucht. Daniel ist runtergefallen. Wow. Daniel ist den Turmbruder gefallen. Wow, Daniel. Wow. Daniel ist mal wieder kompetent wie auf Deutz in der letzten Aufnahmesession. Boah, es hat für mich so so... Es hat nicht mehr viel gefehlt, dass ich dich abgeschossen hätte. Weil du hast genau in die Richtung gekommen, dann sind die Dinger ohne Schutzmuffik. Ja, ich wollte das auch so schießen. Ich habe gerade geguckt, ob ich eine Pistole mit habe, dass ich drauf schießen kann. Alter, es hat nicht viel gefehlt, dass du drauf gegangen wärst. Zumindest hätte ich dich angeschossen, ich hätte es versucht. Okay, und jemand burnt Daniels Leiche weg mit der Insel. Wahrscheinlich ein Traitor, der den Text nicht will, dass er die wiederbelebt. Oh, hier brennt's. Au! Und da ist der Nächste gestorben, wie ich es angehört habe. Da ist der Nächste gefallen. Pff, dann muss das gar nicht gewesen sein. Nee, das klang ja noch jung da doch so. Ich dachte, ihr werdet beieinander. Weil ihr gleichzeitig so aufgeschreckt seid. Nö, nicht bei ihm. Okay. Nee, aber auch an den Zuschauer, also keine Sorge über Gamer und so'n Shit. Die Musik ist so, glaube ich, das hört sich so wie selbstgemachte Minecraft-Mug an. Deswegen müssen wir da nichts, vor nichts Angst haben. Da werden Wörter wie Creeper oder so'n Scheiß benutzt. Heißt nicht, dass es ne Gamer frei ist. Alter, glaubst du irgendeinen scheiß Char-Schon... Char-Schon, genau. Char-Schon, ja. Äh, läuft über fucking Minecraft. Schmucke ist Gamer frei, sonst werd ich nicht auf ne TTT-Map, ey. Echt so? Ich bin tot. Hm, echt so? Warum diskutieren wir hier noch Bennys Einwände? Just for the lives. First we wanna have... Rage. Wer lebt denn überhaupt noch? Ist mega still geworden. Ja, ich lebt noch. Ist auch wirklich auch gerade gesehen. Okay, Burn hat hab ich noch gesehen. Sub redet noch. Florian noch, dann ist ohne gefallen, Jungs auch noch gestaunt. Und Mario hat geredet, obwohl er tot war. Sorry. Und noch nicht. Identified. Ups, hab genau, das war klar. Mit der Däger immer so mit Schnauze abgegangen. Ach, da war ein Schneeball. Hahaha. Ist aber ein Schneeball. Ich hab zwei Aufsicht geworfen, ey. Ich hab zwei Aufsicht geworfen. Was fliegt da an mir vorbei, dachte ich erst. Läuft. Ja, dann ist Burnhard. Was? Den ersten Schneeball hab ich geworfen. Da hat Flo mir genau ins Gesicht geguckt. Und ich hab mir vorbeigeworfen. Und jetzt gerade eben hab ich noch... Und Flo rennt einfach weiter und zappt so. Und ich musste mich übelst mitm Lachen zugehalten. Ja, ich dachte mir auch so. Boah, Schrein gehabt. Ich hab keine Ahnung, was mit mir passiert ist. Ich bin in den Raum reingelaufen und auf einmal gestorben. Da steht, du bist runtergefallen. Ja, ich bin runtergefallen. Ich bin nur in den Raum rein und da war ich tot. Komisch. Das war strange. Das war so strange. So was, keine Ahnung. Es ist der Hammer wirklich, wie offensichtlich... Ähm... Man, Bernie jetzt schon trotz den neuen Traitor-Shit als Traitor-Eater-Defizikern. Er hat sich schon wieder die Gauze gekauft. Und den PhD-Flopper. Ja. Weißt du... Hättet ihr die Gauze gehört, das erste, was gekommen wäre, Bernie. So much creativity. Es war auch so... Es war auch komisch. Ich hab das das letzte Mal auch bei Jung gehabt. Ich war dann an Bernys Leiche und hab E gedrückt. Dann hab ich seinen PhD-Flopper bekommen und getrunken. Das war dann nach der Runde. Das ist echt strange, obwohl ich den schon getrunken hatte. Möchtest du die, Sniper? Ja. Das war auch dann bei Bernie so. Ich hab auch Bernie... Noi! Okay, hier kommt man raus. Alter, das sind ja nicht wohl immer Waffen für mich, ey. Ich steck's doch gerne in dir drin, aber... Na, Waffen gibt's ja ein paar wenige. Noi! Wer ist das? Bernie hat den Homerun-Bad. Ja, nee. Ja, Bernie möchte wieder einfach aus Jux und Dollerei Leute... Hätt ich random jetzt gekillt, dann hätte ich geragequittet. Ein Homerun-Bad auf dieser Map sollte das jetzt nicht so einfach passieren. Glaube ich. Und heilige Scheiße, ich hab ne Waffe gefunden. Auf mich wurde gesnipert. Boah, auf mich auch. Okay, wer snipert auf dich? Weißt du das? Nö. Irgendwo oben. Du hattest doch keine Sniper, Jungen. Du hattest doch die Sniper. Nee. Ich hab keine Sniper. Du hattest die vor ne ganze Zeit in der Hand gehabt. Ich hab die doch da oben hingelegt für dich wieder. Ich bin da oben gar nicht. Der Winkel passt auch, wo Flo und ich angeschossen wurden. Flo und ich wurden beide angeschossen. Kopa, ich hab keine Sniper, ich schwöre. Da ist einer gestorben. Ja. Sub. Ist gestorben. Ich bin bei Kopa. Hö, durch Fallschaden. Loi. Aber... Dem ist wohl das bestimmt das gleiche wie mir. Was? Hä? Da ist wieder einer gestorben. Dem ist das gleiche wie mir passiert. Hey, Bernie. Bernie, Bernie, Bernie. Der ist wieder gestorben. Ja, da ist noch jemand gestorben. Mario. Hast du keine Waffe auf der Map? Nein, 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 guck mal! Mach ihn auch. Hey, wie bin ich denn jetzt gestorben? Der Raum ist buggy, wenn du die Wand hinten berührst, stirbst du irgendwie. Ja, ich glaube, das ist das Gras, wenn der Raum... Okay, ans Gras darf man nicht kommen. Das ist das auch wohl, da wäre der letzte... Ja, mir ist genau das gleiche passiert. Absolut genau das gleiche. So ist denn ich und Flur gestorben, sei sie Flur und ich. Alter, das ist ja richtig bitter. Zwei Indos sind aus der selbe Weise gestorben, ne? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Zap, 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 zap! Ich habe in die Luft geschossen. Ähm, du hast daneben geschossen. Als ob ich mit drei Mann hier oben auf dich schießen würde. Die sind weg gewesen. Nein. Ich habe sowas von... Ich habe es auf Aufnahme. Ich lade es hoch, kannst dir gerne angucken, wie ich in die Luft geschossen habe. Oh, jetzt kommen alle hoch, oder was? Hier gibt es keine Waffen auf der Map, das ist der Wahnsinn. Hier liegt doch eine M16. Das war geradeaus, Daniel. Okay, das wird mir zu heiß. Tschüss. Ich meine, ich bin in der letzten Runde die ganze Zeit da rumgelaufen und habe keine einzige Waffe gewonnen. Ich finde so viele Waffen hier. Ich finde keine. Oh nein, ich bin später im Gras. Braum. Du darfst ja nur nicht gegen das Gras rennen. Der Raum ist ein Zisch, macht mir jetzt schon was. Wer hat ein Disco auf einen Sniperton gelegt, ey? Zap, glaube ich, wenn der da runtergegangen ist. Ne, ich bin durch den Teleporter schon eine ganze Zeit vorher gegangen. Ja, Zap ist ein Traitor da rumgeschossen, ey. Hab ich nicht. Ich glaube, Zap ist ein richtig harter Traitor. Oh, das ist eine Traitor-Waffe. Wer war da in der Nähe? Daniel ist in der Nähe und Zap. Daniel und Zap sind in der Nähe. Was, wie, wo, ey? Was denn überhaupt für eine Traitor-Waffe? Ach, da, lol. Was denn? Ihr wart beide in der Nähe die einzigen. Hinter uns. Da, hinter dir. Ach, da. Hier kann man doch von fast überall machen. Da, Cooper. Cooper und Zap. Nein. Egal, aber Banny will mich nicht hauen, ey. Nice try, Bernard. Hä? Ich hab doch 100 live. Ich wusste erst das. Hä? Ich hab aber nichts gemacht von allen. Hä? Banny hackt, Alter. Ich hab doch 100 live. Ben, ich hab dich in der Cro-Bahn. Hä? Du warst bei mir in der Deve. Hä? Du warst bei mir in der Deve. Bei mir auch. Du warst bei mir in der Deve. Wieso war ich in der Deve? Weil ich dich weggeballt hab mit der Glock. Ich hab doch noch auf dich geschossen mit der Glock. Bei mir wurde ich gar nicht getroffen, ey. Doch, bei mir warst du in der Deve. What the fuck, Alter? Bei mir 100 live, also. Ja, ich hab bei mir 100 live. Und dann schlägt mich Banny immer nicht verreckt auf einmal. Bei mir warst du in der Deve. Geil. Nice. Sad story, oder? The story of his life. Wie ist das, wie bist du gestorben, Sabe? Banny hat mich gecrowbored. Ich hatte auch kein Leben mehr gehabt. Daniel hat dann ja auch aufs Sub geschossen. Wow, TNT. Machst du denn da eine Huge? Besser wie nix. Da musst du wohl was kompensieren, ne? Nö. Nö. Nö, natürlich. Nö. Hast du wohl nix, nichts Hugees am Start. Ja, aber sowas von... Weißt du doch ganz genau. Da fliegt wieder CP. Äh, CP vor allem TNT. TNT noch... 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 ja? Ach so, der gähnt. CP abkop Mafia. Hi Cobra. Hi. Vor allem, vorhin... War man zu viert. Oben auf dem Sniper Tower. Hab ich mir grad ne John Bomb gekauft. und sind überhaupt gerade in dem Moment zueinander abgehauen. Schade. Wo ist das, Daniel? Wie es aber keiner bemerkt hat, Junge. Oder alle haben es ignoriert. Jetzt mal irgendwie eine Waffe bekommen. Selbst jetzt reagiert keiner drauf. Oh Gott, schlechte Idee. Jetzt würde ich es direkt ansprechen. Der Junge fällt dir. Bernie, 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 Bernie. Und Junge. Oh, 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 oh. Ich habe das erst mal abgespritzt, direkt. Das ist eigentlich zuerst. Oh nein. Nein. Warte, wer ist oben auf dem Turm? Wer ist oben auf dem Turm? Oh, no. Was ist nicht? Der ist Traitor. Wer vom Turm kommt, ist Traitor. Was ist Traitor? Zap hat ein Dings geplantet. Zap hat ne... Ich habe gar nichts geplantet. Zap ist genau da weggelaufen. Wo ist der? Er hat einen Schneeball, man. Keine Ahnung, wo er ist. Oh, sorry, sorry. Wer ist denn das jetzt? What the fuck, Daniel? Flo, Mann. Er war oben auf dem Turm. Zap war das doch oder nicht? Flo ist es? Alter, was? Wieso ist es so? Ich habe nichts gemacht. Kuba, warum ist das Flo? Ah, Flo, warum schießt du auf mich? Hä? Es eskaliert völlig hier. Flo war Traitor. Ich habe den gekillt. Der andere ist in meinen Augen Zap, weil ich hätte schwören können, ich hätte gesehen, wie er nur Dings platziert hat. Da habe ich nichts platziert. Ich habe mich jetzt auch versteckt, ich komme nicht mehr raus. Wenn so der Schuldverdacht in meine Richtung geht, dann lasse ich mich gar nicht mehr blicken. Wer mich findet, stirbt. Bist du dir sicher, Daniel? Relativ. Ich habe ihn halt genau da weglaufen sehen. Wo ist das Ding hochgegangen? Hier an diesem Vorsprung hier. Wo? Da lag die. Genau hier. Ja. In dem Holzvorsprung. Bernie war die ganze Zeit in dem Haus und hat hier unten gecampt. Was ist, wenn Bernie die gelegt hat und gewartet hat, dass da einer reinwohlen hat? Auch möglich. Aber als ich halb hier war, habe ich gesehen, wie es... Ja, ich glaube, das ist aber Bernie. Ich mache Bernie, wenn ich den sehe. Der hat das Ding gelegt. Ich gehe in Deckung. Er hat gewartet. Ich kehre den jetzt. Ich habe ja schon einen Schwenken. Schmeister schießt mich. Habe ich doch gesagt. Problem ist, der hat eine Shotgun. Boah, die M16 ist so eine Rotzwaffe. Mhm. Aua, aua, ich habe eins im Leben. Der schießt auf einen Provenen Inno... Ach Gott, nein. Ich bin's nicht. Ach komm, das ist ein Mörder. Es ist auch egal. Okay, ist tot. Ja, gut, hatte ich recht. Fuck. What the fuck? Ah, ich durch den... So, den Floor habe ich auch noch gesehen. an- the ghost. Ah, wir brauchen die Flume, wo man das für dich nicht mehr ist. Okay, Herr, da ist jetzt ganz schön. Ja? Das ist ein Mörder. Also, wie weiß ich das. Also, wenn ich den Knopf drinnen, das ist wirklich schön. Also, das ist so. Das ist wunderbar. Ich bin ein Schwenken. Ich bin ein Schwenken. Ich bin ein Schwenken. Oh, oh, warte, warte kurz einen Moment. Ja, lass mich auch jetzt nachladen. Oh, so unfallig, ey. Der Blindschleiche-Award geht an Daniel. Alter, Daniel. Du läufst auf den Zug, du läufst auf den Zug, du läufst auf den Zug. Du bist auf beiden Zugeladen, Alter. Der hat den Fibrillator-Flo wiedergelegt und Daniel läuft einfach eiskalt vorbei. Die benutzen, die besetzen seinen Heilbildschirm und du läufst halt vorbei. Hast du dich irgendwie mit Inkompetenz bei Banyan gesteckt oder was ist denn los, ey? Habt ihr rumgeknutscht oder sowas? Ja, ich so, ey, wir sind so ein A-Krachter, was zur Hölle? Das ist eine Phantasmus. Daniel läuft voll aufs Abzug und lässt den Flo-Eiskalt wiederbeleben. Ich dem Junge erst meine scheiß Herzen facken. Alles, ey. Fand ich aber nicht. Ja. Kein Problem. Ist der Junge jetzt schon gestorben oder wie? Jo. Boah, der Herr, was weiß ich denn? Den Nerven klarkommen. Wie ist es denn durch die Turtelkino gestorben, ey? Hallo! Ach, apropos Turtel. Das war jetzt aber nicht meine. Das ist ja noch einer. Noch einer tot. LOL! Hä? 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 Guck mal, ist durch Bernys MIND-TURTEL gepedelt. Da bauen Bernie die einzigen auf dem Leuchtturm auf dem Turm und Bernie pendelt ne MIND-TURTEL. Ja. Rat's mal. Rat's mal, Banny, wer direkt neben dir auf den Leuchtturm warst du das Mindturtle gelegt hast und abgehauen bist. Und ich so, was macht denn Banny da? Oh, Mindturtle, jetzt bin ich tot. Nice. Und ich, ihr müsst da oben auf den Turm aufpassen. Ihr dürft ja nicht ins Gras springen über die Mauern. Ja, das wusste ich noch nicht. Was? Hast du mich nicht gestorben? Ich hab dir in die Augen geguckt, Banny, du legst den Mindturtle und gehst weg. Du bist auch ins Gras gesprungen, Banny. Du bist dahin gesprungen, wo meine Leiche lag. Ich war in deinem Haus drin. Oh, Leute, Banny, du warst da beim... Oh, Banny war beim Gras, der hört wieder nicht zu. Banny ist ins Gras gelaufen. In dein Haus? Ja, da gibt's eine Ecke, die mit Gras voll ist und wenn du dagegen läufst, stirbst du. Haben wir vor zehn Runden gecallt. Das sind schon drei Leute reingelaufen. Ja, ich bin rückwärts reingelaufen. Ja, so wie die meisten, Banny. Macht das einen Unterschied? Ja. Banny ist reingebodenwockt. Ich seh das nur, ich seh das so, wie Copa hoch auf den Leuchtturm geht, Banny hat ein Dings in der Hand, ne Turtel. Ich so, geil, jetzt geht Action ab. Moonwalk, Banny, Moonwalk. Ich bin mir eigentlich nicht sicher, dass wir uns noch vorangeguckt haben, bevor du mich umgebracht hast. Ja, und er guckt mich auch noch plantet die Turtel. Ja, er guckt mich an, denkt sich so, Weißt du, wie soll ich denn abhauen, Mann? Ich stehe da neben der anderen Seite des Portals, weißt du, du stehst direkt neben dem Portal, gehst weg. Wieso wartest du nicht, dass ich abhau oder irgendwie so? Ich, ich dachte, ich wollte schon auf dich schießen, Jung. Ich hab den Schläger gesehen, wollte schon auf dich schießen. Ja, hast du, was bei dir eigentlich schon mal in der Aufnahme gesehen hat, wenn du Detective warst? Sonst kannst du mal eben aufheben und die mal in Speed. Ja, ich hab den mal gehabt, auf Abyss hab ich den in der Hand gehabt. Weißt du, das ist so, als würde ich mich als Theorist in die Luft sprengen, wo überall nur Muslime sind. Flo, Flo hat Frosch gelegt, Frosch-Kronate. Okay. Wo? Da unten? Stopp. Okay, das ist so, was? Alter. Ich hab Flo getasert. Ah, tasert. Das war mal der Richtige. Aua, Daniel, Daniel, im Haus, wo Floß und meine Leiche. Da, da drin, der da kam. Nein! Und damit hab ich mir wieder den Sieg geholfen. Mit Storken 50 Punkten. Der Kamel. Das war auch die letzte Runde, oder? So? Ja, vom Kamel noch. Ja, letzte Runde, oder? So. Dann haben wir fürs nächste Mal noch. Genau. Dann sehen wir uns das nächste Mal auf dem Kamel dann wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.